Natürlich war das Deutsche Reich wie alle europäischen Staaten jener Zeit eine Klassengesellschaft und ein Klassenstaat. Und es ist richtig, dass innerhalb der Oberklassen seit dem Bismarckchen Kompromiss von 1879, der die Futzzölle einführte und das Kartell der schaffenden Stände gründete, eine Art Ausgleich zwischen Großlandwirtschaft und Großindustriestadt gefunden hatte, bei dem die Agrarier etwas über ihr wirkliches Vermögen hinaus mitzusprechen hatten. Insofern kann man sicherlich auch von einer gewissen Rückständigkeit in Deutschland sprechen. Aber das Bündnis zwischen Großgrundbesitz und Großindustrie änderte in der Kaiserzeit seinen inneren Charakter. Die wirklich maßgebende Macht innerhalb dieses Kartells wurde jetzt immer weniger die Landwirtschaft, immer mehr die Industrie. Deutschland war von unter Bismarck sehr weitgehend aus einem Agrarstaat zu einem Industriestaat geworden. Aber erst in der Wilhelm-Milöwen-Zeit entwickelte sich die Industrie in einem Maße wie in kaum einem anderen Land außer dem fernen Amerika. Und indem sie die Mittel dazu bereitstellte, forderte sie zu einer expansionistischen Machtpolitik, einer imperialistischen Politik geradezu heraus. Eine gewisse Verflechtung deutscher Außenpolitik und deutschem industriellen und kommerziellen Expansionismus in der Welt lässt sich nicht verkennen. Trotzdem glaube ich, dass auch dort nicht die eigentlichen Ursachen der außenpolitischen Wende zu finden sind. Sie lagen vielmehr, wobei das wachsende Kraftgefühl gewiss mitspielte, in einer Neueinfetzung, wie man heute sagen muss, einer Fehleinfetzung der kommenden Entwicklung der europäischen Mächte. Das späte 19. Jahrhundert und auch noch das frühe 20. waren in Europa ein Zeitalter des Kolonialimperialismus. In ganz Europa entwickelte sich ein damals unwiderstehlich plausibel erfeinender Gedanke, dass die Zeit des rein europäischen Mächtesystems und Gleichgewichts im Begriff sei, einem Weltmächtesystem Platz zu machen. Einem System, in dem die europäischen Mächte, die nach wie vor den Vorrang in der Welt beantbruchten, große kolonialreiche Gründen und das europäische Gleichgewicht in ein um Europa zentriertes Weltgleichgewicht überführen würden. Wenn man so dachte, und auch in Deutschland dachten jetzt viele maßgebende Männer so, dann war das Deutsche Reich allerdings im Verhältnis zu seiner industriellen Macht weit zurückgeblieben. Gewiss hatte Bismarck einmal ein paar afrikanische Kolonien gegründet, um sie als bald wieder zu vernachlässigen. Aber von einem deutschen Weltreich konnte nicht die Rede sein. Deutschland war immer noch eine Europäische Großmacht, keine Weltmacht. Jetzt aber wollte es Weltmacht werden. Das Motto für das Wilhelm-Wienhofe-Zeitalter hatte Max Weber geliefert, der 1895 sagte, wir müssen begreifen, dass die Einigung Deutschlands ein Jugendstreich war, den die Nation auf ihre alten Tage beging und seiner Kostspieligkeit halber besser unterlassen hätte, wenn sie der Abfluss und nicht der Ausgangspunkt einer deutschen Weltmachtpolitik sein sollte. Mit deutscher Weltpolitik legte sich nun aber das Reichen notwendigerweise mit der vorherfenden Weltmacht England an. Die Deutschen wollten nicht, dass Brite für Empire zerstören. Soweit gingen sie nie. Es schwebte ihnen aber vor, dass das Europäische Gleichgewicht, das von England gesteuert wurde, durch ein Weltgleichgewicht ersetzt werden müsste, in dem Deutschland zusammen mit den älteren Kolonialmächten eine Weltmacht unter anderem war, während England gleichfalls auf den Status einer Weltmacht unter anderem reduziert werden musste. Der Reichskanzler Bülow fasste das in der Formel zusammen, wir wollen niemanden in den Schatten stellen, aber wir wollen auch einen Platz an der Sonne. Das Merkwürdige ist nun, dass die Deutschen im Wilhelm-Wienhofen-Zeitalter gar nicht sehr viele neue Überseegebiete gewonnen haben. In den 90er Jahren gewannen sie sehr weit draußen das chinesische Pachtgebiet von Kiao-Chao, der Pachtvertrag wäre übrigens 1987 ausgelaufen, damit außerordentlich vorgreifend, denn die feinbar kommende Aufteilung Chinas unter den europäischen Großmächten war damals zwar ständig im Gespräch, wurde aber bekanntlich nie Wirklichkeit. Außerdem erwarben sie eine Anzahl von Inseln in der Südsee ebenfalls sehr weit weg und sehr schwer zu halten, wenn es einmal ernst werden sollte. Sonst gab es keine bedeutenden Erweiterungen des deutschen Kolonialreichs, auch später nicht. Es blieb immer Zukunftsmusik. Aber die Deutschen, methodisch wie sie nun einmal sind, sagten sich, dass eine deutsche Weltmachtstellung mit dem Bau einer deutschen Flotte, mit deutscher Seegeltung beginnen müsste, was ja logisch schien. Wenn man eine Weltmacht werden wollte, wenn man bei dem kolonialen Wettlauf mithalten und vorankommen wollte, dann brauchte man zunächst einmal das Instrument dazu, nämlich eine bedeutende Flotte, die die Überseerwerbung erst ermöglichen und später verteidigen würde. Nicht weniger Logisch war aber, dass man sich mit dieser Flottenpolitik unvermeidlich in eine neue Gegnerchaft zu England begab, denn England musste sich durch den Bau einer großen, konkurrenzfähigen deutschen Flotte unmittelbar herausgefordert fühlen. Das wog insofern doppelt schwer, als man auf dem Kontinent ja ohnehin von einer französisch-russischen Allianz gegenüberstand, mit der Aussicht, dass jeder europäische Krieg für Deutschland ein Zwei-Fronten-Krieg werden würde. In dieser Situation wäre es eigentlich das Gegebene gewesen, eine Annäherung an England zu suchen, die auch nicht ganz unmöglich fiel. Bismarcks Nachfolger Caprivi versuchte das. Man erinnert sich heute kaum mehr an den bald nach seinem Amtsantritt abgeflossenen deutsch-englischen Taufvertrag, durch den England Zanzibar und Deutschland Helgoland bekam. Es sollte der Anfang einer größeren Annäherung sein. Solange Caprivi regierte und noch etwas darüber hinaus hielten solche Annäherungsversuche an. Das Verhältnis zwischen Deutschland und seinen Verbündeten einerseits und England andererseits war in den Jahren bis 1897, in den Jahren des sogenannten Neuen Kurses, durchaus nicht flecht. Von einer englisch-deutschen Feindschaft konnte damals noch gar keine Rede sein. Selbst als 1897 der Entschluss zum Flottenbau gefasst wurde und Tirpitz, der Architekt der deutschen Hochseeflotte, seit 1898 eine gewaltige Flottenpropaganda in Deutschland entfachte, die naturgemäß eine anti-englische Spitze haben musste, gab es als unmittelbare Folge noch keine deutsch-englische Entfremdung. Im Gegenteil unternahm eine Gruppe in der englischen Regierung den Versuch, Deutschland seine Flotten- und Weltmachtpläne sozusagen noch im Guten auszureden und sich seinerseits auf dem Festland mit einer deutschen Bündniskombination abzusichern. Es gab englische-deutsche Bündnissondierungen, von wirklichen Verhandlungen kann man nicht sprechen, immer wieder einmal in den Jahren 1898 bis 1901. Sie feiterten schließlich. Und zwar hauptsächlich daran, dass die Deutschen glaubten, England ist uns sowieso sicher. Wenn England jetzt von kommt, da unsere Flotte noch größtenteils auf dem Papier steht, wird es erst rechtbündnisbereit werden, wenn wir zur See stärker geworden sind. Eine Argumentation, die merkwürdig an viel spätere Zeiten erinnert, nämlich an die Deutschlandpolitik Konrad Adenauers. Als Russland im Jahre 1952 auf den bevorstehenden westdeutschen Beitritt zum westlichen Bündnis hin das Angebot einer Wiedervereinigung im Austausch gegen Neutralität machte, argumentierte Adenauer, dass die Russen, wenn sie jetzt schon solche Angebote machten, später noch viel bessere machen würden, wenn man erst stärker geworden sei. Es handelt sich hier offenbar um eine wiederkehrende Neigung deutschen außenpolitischen Denkens, den Augenblick beginnender oder auch nur bevorstehender Stärke zu überfetzen und zu glauben, es werde nun immer geradeaus weitergehen. Nie bedenken Sie, es könnte auch einen Umflag geben, wenn das zunächst nur drohende Wirklichkeit würde. Vorbeugende Konzilianz könne dann in Feindschaft umflagen. Dieser Umflag erfolgte in der englischen Politik verhältnismäßig spät, nämlich erst 1904, was die Annäherung an Frankreich und erst 1907, was die Annäherung an Russland betraf. 1904 legte England seine Kolonialkonflikte mit Frankreich im Wesentlichen bei, die sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts noch einmal gefährlich zugespitzt hatten. Kernstück der englisch-französischen Kolonialverständigung war, dass die Franzosen auf Ägypten verzichteten und die Engländer ihnen dafür freierhand im damals noch nicht kolonisierten Marokko zugestanden. Gerade hier versuchten nun die Deutschen, den Franzosen und den Engländern, die Freude an dieser neuen Entente Cordial zu vergellen, indem sie sich ihrerseits, ihr erstes aktives Eingreifen in einer Kolonialfrage, gegen Frankreich in Marokko engagierten. Es kam zur ersten wirklichen Krise in der langen Friedenszeit zwischen 1890 und 1914, der ersten Marokko-Krise von 1905, die damit begann, dass die Deutschen den Kaiser nach Tanga schickten und ihn dort eine Art Garantie der marokkanischen Selbstständigkeit gegen Frankreich verkünden ließen. Diese Krise zeigte sehr deutlich den Mangel an Koordination in der deutschen Außenpolitik. 1905 war Russland in einen Krieg mit Japan verwickelt, der für Russland schlecht ausging. Russland erlebte eine erste Revolution. Es fiel in Europa als Macht vorübergehend nahezu aus. Im deutschen Generalstab, der damals von Alfred von Fliefen geführt wurde, einer sehr wichtigen Figur der deutschen Politik dieser Zeit, bildete sich daraufhin der Gedanke eines Präventivkrieges gegen Frankreich aus. Die russisch-französische Allianz fiel momentan lahmgelegt, Russland handlungsunfähig. Frankreich hatte sich stattdessen durch den Kolonialausgleich mit England auf Annäherung an England festgelegt. Jetzt fiel Fliefen eine Gelegenheit gegeben, indem er Marokko als Vorwand benutzte, mit Frankreich abzurechnen. Er sah die Gelegenheit gekommen, Frankreich in einem einseitigen Krieg, in dem Russland nicht wirklich eingreifen, England auf dem Festland kaum eine Rolle spielen konnte, so zu schwächen, dass es für künftige Großmachtkombinationen auf lange Zeit nicht mehr in Frage kam. Diese vom Generalstab ausgehende Planung wurde vom damals einflussreichsten Mann im Auswärtigen Amt, dem vortragenden Rat Holstein, gut geheißen. Und er überredete den Reichskanzler und Außenminister Bülow, sich dieser Politik anzufließen. Bülow wollte aber keinen Krieg. Er wollte einen rein diplomatischen Triumph, der den Franzosen beibrachte, dass ihnen weder die russische Allianz noch die Antenne mit England im Ernstfall etwas nützte und der Frankreich unter Umständen für deutsche Kombinationen künftiger Zeit wieder zugänglich machen sollte. Der Kaiser schließlich wollte überhaupt keine Krise und von gar keinem Krieg. Im Gegensatz zu manchen unfönen, auftrumpfenden Äußerungen, die er gelegentlich von sich gab, war Wilhelm II. im Grunde genommen eine sensible, nervöse und friedliebende Natur. Er ließ sich sehr widerwillig nach Tanga schicken und ist später in der sich daraus entwickelnden Krise stets vor weiteren Fritten zurückgefreckt. Bülow bekam trotzdem seinen Prestige-Erfolg. Der französische Außenminister demissionierte und Bülow wurde, wie Bismarck nach dem siegreichen Krieg von 1870-71 in den Fürstenstand erhoben. Alles schien bestens geregelt, zumal man mit einer europäischen Mächtekonferenz schließlich noch den Glanzpunkt hinzufügte, dass Deutschland wieder einmal, wie auf dem Berliner Kongress, eine internationale Krise im allgemeinen Einvernehmen beilegte. Diesmal allerdings eine Krise, die es selbst hervorgerufen hatte. Doch diese Rechnung ging nicht auf. Die Marokko-Konferenz im spanischen Algeciras wuchs sich zu einer Blamage und einer Warnung für die deutsche Politik aus. Es zeigte sich nämlich, dass außer Österreich keine der Großmächte gegen Frankreich Stellung bezog, so dass Frankreich schließlich eine sehr weitgehende Vorherrschaft, ja, man kann sagen, Kolonialherrschaft, über Marokko zugebilligt bekam, gemildert nur durch ein paar Detailkompromisse, die es den Deutschen erlauben sollten, einigermaßen ihr Gesicht zu wahren. Fohn die Krise von 1905, die erste der drei ernsten Vorkriegskrisen des Kaiserreichs, zeigte also deutlich, dass Deutschland sich übernommen hatte, Tatsächlich war es im Begriff, eine Kombination England-Frankreich-Russland zu Wege zu bringen, also das Gegenteil dessen, was es erstreben musste. Statt der geplanten Weltpolitik näher zu kommen, fand es sich rüde daran erinnert, dass es in Europa keineswegs sicher dastand, dass ein unvorsichtiger Fritt jederzeit Bismarcks Albtraum der Koalitionen Wirklichkeit werden lassen konnte. Drei Jahre später folgte eine ganz anders geartete Krise, die sich schließlich als Vorspiel zum Ersten Weltkrieg erweisen sollte. Im Oktober 1908 versuchte Russland, im Einvernehmen mit Österreich, ein politisches Manöver durchzuführen, das ihm freie Durchfahrt durch die türkischen Meerengen ermöglichen sollte. Österreich, so lautete die geheime Abmachung zwischen Petersburg und Wien, wurde keinen Einspruch erheben, wenn Russland die freie Durchfahrt durch die Meerengen fordern sollte. Dafür würde Russland, wenn es damit Erfolg hätte, Österreich die formelle Annexion Bosniens und der Herzegowina gestatten, die ja von seit 1878 von Österreich als besetztes Gebiet verwaltet wurden. Nun gehörte aber zur freien Durchfahrt durch die türkischen Meerengen nicht nur die Zustimmung Österreichs, sondern ebenso diejenige Englands und Frankreichs für den Berliner Vertrag von 1878 bestimmte. Diese Zustimmung erreichte Russland nicht. Doch während Russland noch darüber verhandelte, annektierte Österreich bereits Bosnien und die Herzegowina. Daraus ergab sich eine heftige Spannung zwischen Österreich und Serbien, das damals von Russland protöviert wurde. Serbien drohte mit Krieg, wenn Österreich die Annexion Bosniens und der Herzegowina nicht rückgängig mache. Damit entstand im Herbst 1908 eine große Balkankrise. Direkt die Drohung eines österreichisch-serbischen Krieges, indirekt, wie später 1914, die Drohung eines Eingreifens Russlands zugunsten Serbiens. Hier müffte sich nun das Deutsche Reich als treuer Verbündeter Österreichs und Fiesrichter über diese Gegend Europas ein. Es verlangte von den Russen, dass sie Serbien zurückpfiffen und die Annexion Bosniens anerkannten. Andernfalls wurde Deutschland sich mit seiner vollen Macht hinter Österreich stellen und den Dingen ihren Lauf lassen. In fimmernder Wehr, wie die Sprache der damaligen deutschen Publizistik es ausdrückte, war Deutschland an der Seite Österreichs gegen Russland aufgetreten und hatte Russland eine Blamave zugefügt. Petersburg sah sich zum Nachgeben aus der einfachen Erwägung gezwungen, dass es so wenige Jahre nach dem verlorenen Krieg mit Japan und nach der Revolution von 1905 noch nicht wieder stark genug war, sich auf einen Krieg mit Deutschland und Österreich einzulassen, sei es auch mit der Französischen Allianz als Stärkung und Deckung. Russland trat in Rückzug an und Deutschland hatte diesmal wirklich einen diplomatischen Triumph davongetragen. Doch der erwies sich auf die Dauer als ebenso nutzlos und gefährlich wie der höchstens halbe Triumph, den es 1905 über Frankreich erzielt hatte. Denn Russland fühlte sich nunmehr genötigt, fleunigst wieder stärker zu werden. Ein zweites Mal sollte ihm so etwas wie Bosnien nicht wieder passieren können. Mit der bosnischen Krise von 1908, 1909 war Deutschland bereits in das Vorfeld des kontinentalen Krieges getreten, der schließlich 1914 zum Ausbruch kam. Und dann gab es 1911 eine zweite Marokko-Krise. Auf die Einzelheiten will ich nicht eingehen. Frankreich hatte möglicherweise, es ist eine Frage der Auslegung. Die Bedingungen der Algeciras-Akte etwas überfritten, hatte sich weiter nach Südmarokko ausgedehnt, als dort vorgesehen war. Die Deutschen machten nun mit der Entsendung eines Kanonenbootes nach dem Südmarokkaner von Agadir eine kriegsdrohende Gäste. Und es entstand eine neue Konfrontation mit Frankreich, die schließlich wieder friedlich beigelegt wurde, sogar wieder mit einem kleinen deutschen Erfolg. Die Franzosen fanden sich bereit, ein Stückchen Kongo an Deutschland abzutreten, als Ausgleich dafür, dass Deutschland auf jeden Einfluss in Südmarokko verzichtete. Das war übrigens die erste koloniale Ausdehnung, die Deutschland seit der Bismarck-Zeit in Afrika erreicht hatte. Aber diese zweite Marokko-Krise hatte eine noch fatalere Folge als die vorangehende erste und als die Bosnöfe-Krise. Jetzt trat nämlich England zum ersten Mal öffentlich, fast als Verbündeter Frankreichs, auf den Plan. Vorher hatte es sich in seinen beiden Enten, der von 1904 mit Frankreich und der von 1907 mit Russland, von einem wirklichen Bündnis bewusst zurückgehalten. Es hatte Übersee für Streitfragen mit Frankreich und dann auch in Persien mit Russland beigelegt und sich dadurch die Hände freigemacht, um sich, falls es dazu kommen sollte, einer französisch-russischen Kombination anfließen zu können. Mit Frankreich hatte es auch von geheime Militäre für Vorbesprechungen gegeben. Eine wirkliche Allianz wurde aber damit noch nicht geflossen. England hatte sich noch in keiner Weise gebunden, in einem Festlandskrieg auf der Seite der französisch-russischen Allianz einzugreifen. Trotzdem wurde jetzt zum ersten Male ein Mitglied der englischen Regierung, der FATS-Meister und spätere Kriegspremier Lloyd George vorgefickt, um in einer sensationellen, in Deutschland als Herausforderung empfundenen Rede zu verkünden, dass England nicht zusehen würde, wenn Frankreich bedroht würde. Außerdem begannen in diesem Jahr 1911 erneut englo-französische Generalstabsbesprechungen, die zu konkreteren Ergebnissen führten als die vorhergehenden von 1904 und 1905. Es wurde in Aussicht genommen, dass in einem französisch-deutschen Kriege eine englische Expeditionsstreitmacht auf dem äußersten linken französischen Flügel auftreten würde. Die Wolken verdichteten sich in einer Weise, dass man ab 1911 von einer Vorkriegsatmosphäre sprechen kann. Und doch gab es gerade in dieser Zeit noch einmal einen groß angelegten deutsch-englischen Ausgleichsversuch. Man kann nicht sagen, dass irgendeine der beteiligten Mächte vor 1911 zu einem großen Krieg wirklich entflossen war. Am wenigsten kann man das von England sagen. Nur waren alle Staaten jetzt bemüht, sich auf einen solchen Krieg einzustellen und vorzubereiten, in erster Linie natürlich auf Militäre vom Gebiet. In Frankreich gab es den Übergang zur dreijährigen Dienstzeit in Deutschland 1913 eine große Heereserweiterung, der bemerkenswerterweise auch die Sozialdemokraten zustimmten. Die Heereserweiterung wurde aus einer Vermögensabgabe finanziert, was ihnen die Zustimmung erleichterte. Russland hatte schon seit der bosnischen Krise begonnen, außerordentlich stark aufzurüsten, insbesondere seine strategischen Eisenbahnen in Polen auszubauen, seine Festungen zu verstärken, eine sehr viel stärkere Artillerie zu entwickeln. Das waren freilich langfristig angelegte Anstrengungen, von denen man annahm, dass die Russen damit erst etwa 1916, 1917 fertig werden würden. In dieser Zeit nun, in der alle anfingen, einen Krieg zwischen den beiden großen Allianzen auf dem europäischen Kontinent als drohende Möglichkeit ins Auge zu fassen. In dieser Zeit gab es zwischen Deutschland und England einen letzten großen Versuch der Verständigung. Für Deutschland ging es darum, England aus dem kommenden Kriege möglichst herauszuhalten. Von England aus gesehen war das Ziel, den drohenden englisch-deutschten Konflikt zu entwerfen. Der deutsche Versuch zielte auf einen großzügigen kolonialen Ausgleich, ähnlich denen, die zwischen England und Frankreich 1904, zwischen England und Russland 1907 vorausgegangen waren. Man war bereit, die deutschen Kolonialziele im Einvernehmen mit England zu definieren und zu begrenzen. Der englische Versuch gipfelte in der sogenannten Hall-Dean-Mission im Frühjahr 1912. Dabei ging es für England in erster Linie um einen Waffenstillstand beim Flottenwettrüsten. Das war damals ein überaus ungewohnter Gedanke. Heute ist uns die Idee der Rüstungskontrolle sehr geläufig. Der Versuch also, eine Konfliktsituation auf einem bestimmten Gebiet des Wettrüstens durch gegenseitiges Einvernehmen über das Maß der Rüstung zu entwerfen. Das war von damals das Ziel der Briten. Das Ziel der Deutschen bei den Verhandlungen mit Hall-Dean bestand darin, England ein Neutralitätsversprechen für den Fall eines kontinentaleuropäischen Großkrieges abzugewinnen. Beides scheiterte. Die Engländer waren nicht bereit, ein Neutralitätsversprechen abzugeben, weil sie von damals fürchteten, dass Deutschland einen reinen Kontinentalkrieg gewinnen und dann seinen künftigen Weltmachtbestrebungen übermäßigen Nachdruck verleihen könnte. Und der deutsche Marine-Staatssekretär Tirpitz war im Gegensatz zum Reichskanzler Bethmann-Hollweg nicht bereit, ein Rüstungskontrollabkommen über die Seestreitkräfte abzufließen, das die deutsche Rüstungsfreiheit befrenkt hätte. Eigentlich war ja der Staatssekretär der Marine dem Reichskanzler untergeordnet. Aber der Kaiser von dem neuartigen Gedanken einer Rüstungskontrolle geradezu beleidigt, entfiehlt gegen Bethmann-Hollweg für Tirpitz und damit war der Reichskanzler matt gesetzt. Die Holden-Mission feiterte demzufolge, was natürlich eine weitere Verfärfung der deutsch-englischen Spannungen bedeutete. Und trotzdem wurde auch in den Jahren 1913 und 1914 zwischen Deutschland und England weiter verhandelt, freilich weniger auffällig. Dabei ging es um einen doppelten kolonialen Ausgleich. Deutschland legte zum ersten Mal die Karten seines afrikanischen Kolonialprogramms in London auf den TÜV. Es wollte die Möglichkeit haben, die portugiesischen Kolonien, hauptsächlich Angola und Mosambik, zu erwerben. Man rechnete damals mit einem portugiesischen Staatsbankrott, durch den Portugal genötigt sein würde, seine Kolonien sozusagen zu verkaufen. Darüber hinaus wollte Deutschland, falls sich die Gelegenheit dazu ergab, auch Belgien, einen Teil des belgischen Kongo abkaufen und auf diese Weise eine zusammenhängende Landmasse von Deutsch-Südwest über Angola und Kongo bis Deutsch-Ostafrika erwerben. Damit wurde das Reich sich befriedigt erklären und England könnte gewisse Kompensationen aus dem portugiesischen, eventuell auch aus dem belgischen Kolonialbesitz bekommen. Das Interessante ist, dass diese Verhandlungen von einem ziemlich freundlichen Ton geprägt waren und schließlich zu einer Art Vorergebnis führten. Im Juni 1914, am Vorabend des Kriegsausbruchs. Ein Abkommen über die zukünftige Kolonienverteilung in Mittelafrika wurde damals in London bereits paraffiert, natürlich streng geheim. So fiel gerade auf dem Felde eine deutliche Entscherfung möglich, auf dem der Deutsch-Engliffe Gegensatz ursprünglich entstanden war, nämlich auf dem Felde der Kolonial- und Weltpolitik. Noch auf einem anderen Gebiet dieses weiten Feldes wurde damals zwischen England und Deutschland verhandelt und zwar ebenfalls erfolgversprechend. Das deutsche Weltmachtstreben hatte in den Jahren seit 1902 zwei Richtungen. Es war in erster Linie auf einen großen Gebietserwerb in Afrika angelegt, daneben aber auch auf eine, allerdings in ihrer Methodik noch außerordentlich unbestimmte Ausdehnung nach Südosten. Dabei sollte aus dem Deutsch-Österreichischen Bündnis zusammen mit einem neuen Deutsch-Türkischen Bündnis so etwas wie ein großes Einheitsgebilde zunächst wirtschaftlicher Art werden. Die Balkanstaaten hoffte man ganz oder zum Teil in dieses System hineinzunötigen. Symbolisiert wurde es durch das grandiose Unternehmen einer Bahnverbindung zwischen Berlin und Bagdad, der berühmten Bagdad-Bahn. Das Deutsche Reich wollte sich gewissermaßen zwischen dem russischen und dem englischen Interessengebiet eine eigene große Einflusssphäre schaffen, wobei allerdings unklar blieb, wie man dort eigentlich ein wirtschaftlich- politisches Einheitsgebilde zustande bringen wollte und welche Form es annehmen sollte. Denn noch fühlte und benahm sich ja Österreich als eigenständige Großmacht. Und auch das Osmanische Reich war noch eine, wenn auch absinkende, eigenständige Macht. Das Deutsche Reich war damals betrebt, ein sehr enges Verhältnis mit dem Osmanischen Reich herzustellen, das durch die Jungtürkische Revolution von 1908 eine Verjüngung zu erleben fien. Eine deutsche Militärmission in Konstantinopel sollte die türkische Armee nach deutschen Maßstäben ausbilden. Zugleich stellte man den Türken ein politisches Bündnis in Aussicht. Dass hier eine deutsche Macht Ausdehnung beabsichtigt war, konnte niemandem entgehen. Zumal auch England in den südlichen Gebieten des damaligen türkischen Reichs, dem heutigen Irak, starke Interessen hatte. Das Erdöl begann damals von eine gewisse Rolle zu spielen. Hier ging es also ebenfalls darum, eine deutsche und eine englische Interessensphäre nach Möglichkeit freundschaftlich abzugrenzen. Und auch hier war man nicht ganz erfolglos. Das führte dazu, dass der damalige deutsche Reichskanzler Bethmann Hollweg nun doch wieder für den Fall eines Kontinentalkrieges auf Englöfe Neutralität zu hoffen begann. Sie war zwar nie zugesagt worden, aber England hatte auch niemals erklärt, dass es in einem eventuellen Krieg unter allen Umständen eingreifen werde. Nun war man sich auf dem Gebiet der Kolonial- und Expansionspolitik durchaus ein wenig näher gekommen, jedenfalls so weit, dass alte Gegensätze entfärft schienen. So hatte es mit der Entente zwischen England und Frankreich auch angefangen und später auch zwischen England und Russland. Warum sollte sich von diesem Punkt aus nicht auch zwischen England und Deutschland trotz der fortdauernden Flottenrivalität ein gebessertes Verhältnis entwickeln lassen, vielleicht sogar ebenfalls eine Art Entente, sodass England sich, wenn es denn zu einem europäischen Kriege kommen sollte, jedenfalls im Anfangsstadium zu einer Art schiedsrichterlicher Neutralität entfließen würde. Das war die Spekulation, die Bethmann-Holwigs Politik in der Sommerkrise 1914 zugrunde lag. Doch durch diese Rechnung sollte die deutsche Militärplanung einen dicken Strich machen.